Jo meine Liegen Brows und willkommen zu einem Classic Modus von Super Smash Bros Ultimate, also Kazuya Classic Modus, jawoll, ja wie wir ja in der Präsentation von Mr. Sakurai gesehen haben ist er extrem broken, richtig krass und ja dann lass mal sehen wie broken er tatsächlich ist, Kazuya ne, ich hab auch paar Mi Kostüme geholt, nicht alle aber nur ein paar halt ne, ja genau, übrigens wie ihr schon hier sehen könnt ne, ich hab hier auch S-Attorney Triology ne, richtig krass, ähm ja, nur so zur Info, aber ja, das hab ich mir so nebenbei geholt, voll krass alter, ja, hab auch den ersten Teil schon direkt durchgespielt, S-Attorney, aber wir sind ja nicht deswegen hier, wir sind ja für Classic Modus deswegen lass mal direkt rein starten ne, so, übrigens wie normal ne, wie gewöhnlich guck ich mal da hin, weil da der Bildschirm ist ne, genau, oh drei Freunde sind online, alles klar, genau, naja, und bei mir ist der Sound um eine Sekunde verspätet, aber das sollte eigentlich nicht so schlimm sein, so, dann lass mal sehen ne, was Kazuya alles drauf hat und so, also, ich möchte mal sehen, ob ich es überhaupt, ob, äh, es dabei ist oder nicht, okay, alles klar, chill out, warum wollten die anfangen, guck mal, Version 12.0.0, wir haben ja in der Präsentation auch gesehen, Mr. Sakurai hat ja auch gesagt, ja, äh, bis, äh, der Kazuya ist ja halt einer der letzten, Cam, Alter, okay, ah, da, seht ihr euch das an, richtig cool, so, ich muss mal kurz fotografieren, so, schön, cool ne, Kazuya, ne, neue Stage natürlich, neue Musik, richtig geil, genau, von Dragonborn hab ich genommen, als Kammer hab ich mal gespielt, voll geil, Shanta hab ich auch mir geholt, weil die auch noch mit einer richtig coolen Musik kommt, ah ja, seht ihr das an, voll cool, alles klar, nice, cool, ne, so, ah, da oben links, hier steht schon, ne, Kazuya ist draußen, auf geht's, holt ihn euch und so, ja, richtig krass, so, da, äh, der nächste Match, wo war das, schon so lange her, Mensch, ey, hier, Training, genau, auf geht's, lass mal sehen, ne, so, oh, guck mal hier, die neue Stage, richtig krass, Mishima Dojo, lass mal auch das Original nehmen, ne, so, da ist er auch, oh, krass, der Announce ist auch voll tief, weißt du, so ähnlich wie bei Sephiroth, ne, so, ganz normal, es gibt keinen anderen, der auf die Fresse, äh, kommen soll, okay, ähm, oh, guck mal, die Outfits, richtig cool, in Silber, oh, in Gold, sieht auch voll cool aus, erinnert mich ein bisschen an, äh, kennt ihr JoJo's Adventure, Dio und so, ein bisschen, weiß nicht, ob das jetzt, äh, mit Absicht war oder nicht, aber okay, das sieht auch ziemlich cool aus, aber wir machen mal so ganz klassisch und, ja, auf geht's, ne, bin ich mal gespannt, das erste, was ich ausprobiere, ist seine 10-fach-Combo, mal gucken, I get this shit out of, so, okay, dann lass mal ausprobieren, ne, ich starte mal, all, alles klar, okay, guck mal, 45% Damage, ich hab nur A gedrückt, voll krass, achso, ich spiel mit dem Pro-Controller übrigens, ja, ist eigentlich egal, ne, oh, okay, hab mal Dash Attack kurz gemacht, so, jetzt mal, lass mal Grabs machen, oh, voll, voll geil, warte mal, da gab's auch, komm mal her, alter, oh, voll geil, ich liebe es, wie die Coverer reinzoomt, voll cool, okay, komm mal her, oh, was, voll geil, alter, das gefällt mir ja richtig, so, 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 voll gestunt und, achso, und nach unten, was, was, voll geil, okay, gut, ähm, was für einen coolen Finisher könnte man machen, ich hab ja ne Idee, warte mal, erstmal den hier, so, und dann stehen wir auf, was, alter, voll geil, okay, komm her, was, achso, alter, voll geil, und kopflos, alter, mit voller Wucht, oh, komm her, oh, voll geil, alter, oh, alter, mit voller Wucht, achso, alter, Abi killt sogar, richtig krass, so, vom Weiten, weißt du, was, Sakurai hat ja auch gesagt, man kann ja zielen, ne, genau, okay, voll geil, alter, richtig cool, zack, und zack, zack, und zack, ah, okay, warte mal, muss mal ein bisschen, so, tschüss erstmal, voll geil, okay, okay, lass mal nochmal sein, so, zack, ah, okay, das soll ich nochmal kurz testen, okay, alter, guck mal, wie viel prozent Schade ich ihn schon gemacht habe, weißt du, so, okay, so, halt mal ein bisschen Kombos ausprobiert, ne, so, so, genau, okay, das ist Smash, ganz normal, okay, richtig cool, ich höre so nur ein paar Kombos, weißt du, natürlich, allseits bekannt, das ist richtig krass, zack, richtig cool, okay, komm mal her, Alter, das ist so voll geil, Mensch, ich wünsche dir, das wäre bei allen Characters, weißt du, dass du einfach mal deinen Gegner grabst, weißt du, und dann einfach voll wegwerfst, richtig cool, es gab auch noch so einen richtig coolen, okay, das war Kopfnuss erstmal gegeben, zack, okay, das ist einfach mal wegwerfen, tschüss, voll krass, so, guck mal, herr hat hier im Hintergrund richtig krass, warte, 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 alter, voll auf, weißt du, voll da, wo, man nimmt das, alter, das ist voll geil, alter, richtig cool, von einem Instant Death, voll geil, okay, okay, so, okay, alles klar, warte mal, okay, das ist so nach vorn, haben wir, warte mal, down, warte mal, down, das ist, das ist, down grab ist halt Kopfnuss, okay, komm mal her, alter, voll geil, okay, okay, aber was könnte man noch machen, okay, naja, das, das spiked ja sogar, weißt du, richtig krass, ich probiere noch ein paar Aerials zu machen, ne, okay, das ist so back, das ist nach vorne, okay, okay, so, okay, ach, man, geh mal kurz aus der Stage raus, sofort Instant Death, okay, also, meine, das meiste, was ich am meisten mag, weiß, diese Combo halt, zack, 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 und dann, komm, äh, warte, okay, ups, äh, gar nicht, zack, so, voll geil, okay, nochmal, was, okay, komm her, warte, alter, voll geil, so, und verpasst den Kopfnuss, genau, mit Vollerung nach oben, voll cool, okay, dann lassen wir nochmal hier feines Smash, dann sind wir hier fertig, so, aber das macht so viel Fun, alter, als ihn zu spielen, voll cool, aber wo war das nochmal mit den, ähm, ach, hier, die ganze Zeit, wo war das, so, man, so, ein bisschen Damage machen, so, warte mal, war nicht hier noch, ach, so, meine Smash geht auch bald, weg deswegen, so, komm, erst mal her, so, und dann, keine Chance, Alter, volle Zerstörung, keine Chance, okay, dann lassen wir nochmal seinen Taunt sehen, okay, dann hat er Taunt, der angreift sogar, richtig krass, zack, 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 tänzt da einmal rum, richtig krass, alter, bleib down, alter Trottel, so, geht doch, voll geil, voll fun, so, voll gestunt, und dann voll auf den Boden, weißt du, kannst auch nach oben, oh, okay, und dann fängt er an, aufzustehen, so, ah, Mist, okay, ich probiere nochmal aus, zack, weil ich gesagt habe, wenn man im Aufstehen A drückt, oh, jawoll, und dann stunst du hin, und hast du, offene Chance, ihn direkt zu treffen, richtig cool, nice, okay, gibt es noch irgendwelche krasse Kombos, die er so drauf hat, okay, das ist so nach oben, mal, ah, das wollte ich nicht, das ist ein ganz normaler Smash, ich weiß, guck mal, so wie bei Bayonetta, richtig krass, äh, also Down Air, so, ah, okay, zack, zack, ja, voll cool, oh man, er hatte noch so einen richtig coolen, wow, weißt du, ah, wie war denn nochmal dieser cooles, wow, oh, nee, das ist ganz normal, ja, okay, ja, irgendwie so, sowas, wie man den Rücken bricht, ah, Mann, ich wünschte, ich wüsste die Combo jetzt, warte mal, vielleicht steht das auch hier irgendwie, na, nicht für Training, hier Movelist, genau, okay, oh, Wage, okay, könnte man auch ausprobieren, aber das ist, glaube ich, da ist einfach nur ein bisschen stärker, wenn nicht, steht hier noch irgendwas mit, ach, ich stelle das an, hier, ich lese nochmal ganz kurz, ob hier irgendwo da steht, ah, Gates of Hell, das, so hieß das, okay, unten, rechts, unten, haben wir nie Genuss, weißt du, äh, im Training, aber okay, dann muss man testen, ne, okay, Gates of Hell, rechts, unten, rechts, okay, rechts, unten, rechts, ah, ist der da, Mann, zack, zack, so, jetzt muss ich ihn wieder her, 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 holen, so, komm mal her, so, okay, oh, nee, das ist das andere, warte mal, ah, das, oh, yeah, sehr gut, oh, voll geil, erst mal Rücken gebrochen, gefällt mir sehr gut, mach das nochmal, warte mal, zack, zack, ah, Mist, hat natürlich nicht geklappt, hier, nimm mal auf die Fresse, weil du es halt verdient hast, oh, Mann, ich wollte gerade, weißt du, so, Sakoway auch gemacht hat, Mist, ach, komm her, Alter, einfach, so, lass mir die ganze Stage zerstören, so, aber jetzt aber, zack, warte mal, zack, zack, so, zack, Rücken gebrochen und weggeschossen, oh, voll geil, muss man aber auf der anderen Seite das machen, wie, wenn er auf der Rückseite macht, ah, Mann, das ist schwierig, das umzusetzen, weißt du, so, ja, lass ihn los, brauchst du nicht mehr, ein bisschen, so, zack, zack, so, erst mal das, weg, nice, okay, alles klar, wir haben genug, voll cool, oh, das war fun, Alter, also, gegen Brother Whitening machst du am meisten Fun, ich kann mir vorstellen, gegen ihn zu spielen, Alter, direkt Max-Kombo 30 hier, seht ihr, das ist Alter, in einem Classic Modus, ja, okay, krass, Alter, ne, der eine Charakter, an dem ich am wenigsten gehypt bin, dass er zu Smash Bros kommt, ist auf jeden Fall einer der meisten Fun-Moves, das muss ich echt zugeben, also, kann ich schon vom Training sagen, sonst mach ich hier in, hallo, was ist los, achso, okay, dann, äh, so wie als Dio, also in Gold, der hier in Tuxedo, sieht richtig cool aus, auf geht's, so, natürlich hier, 5-4-0, let's go, okay, voll geil, lass mal sehen, Giorgio, also gegen alle Fighting-Game-Charakters, ah, was, zweimal hintereinander, wow, 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 Alter, warum sind die alle plötzlich so stark, Mann, Alter, Alter, komm, her, Alter, noch gefehlt, Nein, 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 was soll das, komm, Alter, boah, war das knapp, warum waren die, für, warum war Rio so stark, hab das voll nicht erwartet, okay, ja, was passiert, warum war er so stark, egal, Captain Falcon, ja, so, komm mal her, erst mal her, zack, ah, Mann, komm, was soll das denn, Kann ich auch, hä, komm her, oh, Kopfnuss, einmal vergeben, ups, mit voller Wucht, Alter, so, okay, Kipp den Falcon down, nächster, oh, gegen Lil' Meg, nein, gegen einer bei der Bates, oh, mein Gott, na gut, komm, komm, komm her, komm her, und, fahrt, Mann, sorry, Lil' Meg, aber, you know, Alter, aber, was zum, Oh, oh, muss ich aufpassen, nein, 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 oh, wie hast du mich getroffen, Alter, ey, unfassbar, okay, aber Respekt zu Lil' Meg, er hat mich getroffen, bin hier, wartet, dass er sofort den nutzt, oh, er ist eh down, So, nächster, gegen beide, D.K. und T.K., So, normal, Ah, nein, Alter, Oh, mein Gott, Nein, lass mich los, Komm, So, 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 alle zerstört, Zack, mit voller Wucht, Alter, weg, Boah, das ist so knapp, boah, Shit, Alter, zwei gegen eins, okay, da merkt man schon, wenn es nicht eins gegen eins ist, dann wird es schwer, Okay, Lukarium, Alter, Ja, ja, alles klar, Boah, Alter, Lukarium, Komfort mich erstmal hier, Oh, komm her, Meine Füße, Alter, Nein, Ah, Mann, Nein, Ah, Mann, Mann, Ah, Nein, Ah, Mist, Ich glaube, Ich schaffe das nicht mehr, Nein, Ah, Meine Fresse, Ja, Lukarium mit seinen Aura ist auch voll brutal, Ja, Hallo, Ah, Meine Fresse, Alter, Okay, Komm her, Mann, Alter, Hey, Warum ist ein Lukarium so stark, Das ist so gemein, Ich kann nichts machen, Alter, Nein, Komm her, Wurz, Mit voller Wucht, Alter, Das war, Ja, Ja, Meine Güte, Okay, Gehen die ganz mies, Oder wie, So, Alter, 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 Komm her. So. Alter. So. Naja, komm, greif an. So. Meine Fresse. Mann, tschüss. Was? Alter, dann machen wir es als stylisch. Weg mit dir, weggekickt einfach. Meine Fresse, Alter. Diese Mies. Ja, dageschön. Oh mein Gott. One Point auch muss ich jetzt hinbekommen für 9.9. Auch wenn man, dass der Boss gut ist. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. So. So, okay. Ah, meine Güte. Kazuya ist natürlich jetzt nicht so geschicklich. Sagen wir es mal so. In der Luft meine ich jetzt damit. Ah, ja. Egal, mit den oberen. Nehme ich sonst immer, aber... Kazuya ist halt ein bisschen langsam. Also so wie Robin halt. Nur in der Luft halt. Nice. Nein. Ah, Mist. Nicht geschafft. Warte mal. Vielleicht kriege ich das auch so. Nein. Ah, Mann. Komm, komm ans. Kazuya. Ja, okay. Dann halt nicht. Ah, meine Güte. Dieser Bonus Level mit Kazuya hinzubekommen. Okay, wenigstens das hier. Alter. Boah, Alter. Fast verloren hier. Dass ich das mal erlebe. Okay. So. Der Boss Battle West. Unser final Boss. Oh, mein Gott. Ging zwei Kazuhias noch dazu. Okay. Beides ist der selbe Move. Ja, komm her. So. Ha, dachte so. Nicht gegen den wahren Kazuya hier. Alter. Oh. Alter. Oh, mein Gott, Alter. Komm. Her, Alter. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Nein. Oh. Boah, Alter, ey. Oh, Alter. Komm her. Nein. Oh, nein. Ach, scheiße. Ah, ich kann nichts machen. Nein. Oh. Boah, Alter. Metal Kazuhias. Seid ihr verrückt, Alter? Keine Chance, Alter. Das ist ja voll brutal. Ach, verschwinde von hier. Meine Fresse, Alter. Okay. Das wird jetzt leider nicht 9.9, aber... Oh, 9.6. Okay, ich bin damit zufrieden. Alter, ey. Boah. Metal Kazuhias. Seid ihr verrückt, Alter? Das ist bestimmt eine Referenz zu taggen, die ich jetzt nicht kenne, aber... Ah, ja. Okay, das Ende war ich jetzt natürlich nicht so ganz zufrieden. Alter. Kazuhias hat halt keine Ranch-Weapons, weißt du? Oder keine Ranch-Angriff, außer halt diesen Beam-Laser, weißt du? Und von daher, er ist halt so wie Lil Mac, das Meister hat Nah-Angriff, weißt du? Und gegen Metal Kazuhias, wie um alles in der Welt... Alter. Meine Güte. Okay, dann kommen wir her. So, ich glaube, wir machen dann noch ein Spirit, ne? Oder ein Ja. Also, wie gesagt, Kazuhias spielt sich so ähnlich. Ist so eine Mischung aus Ryo und Lil Mac, in meinen Augen. Weißt du? Also, macht voll Fun, auf jeden Fall, ihn zu spielen. Das muss ich echt zugeben. Wenn du all die ganzen Kombos drauf hast, dann... Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass du es gerne magst, als ihn zu spielen. Das haben wir es gesagt. So. Boah, Alter, ey. Aber das ist auch anstrengend. Auf der Auge. Die wird es zu spielen, weil du musst echt aufpassen, weißt du? Wenn du halt... Ja. Ach, weiß ich nicht. So. Also. Ich sag's mal so. Ist halt ein cooler Charakter. Hättest du mir eher gewünscht, dass er früher in so was Smash Bros gekommen wäre. Und jetzt nicht unbedingt als einer der allerletzten Charakters, die halt in Smash kommen werden. Aber naja. Ansonsten als Charakter an sich, wie er sich spielt, wie ich schon erwähnt habe. Eine Mischung aus Ryo und Ken. Vielleicht auch ein bisschen von Terry, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also am meisten macht natürlich Fun, wenn du die ganzen Kombos, wie gesagt, drauf hast, ne? Und sein Down B natürlich macht am meisten Fun, wo er halt den Grab von nach oben und nach unten. Was ich auch ziemlich cool finde, ist halt, dass alle seine Grabs halt die Kamera rein zoomt. So was hab ich mir gewünscht, dass es halt bei jedem Charakter mal kommen würde, weißt du? Das ist ja voll geil. Ich meine, ich stehe mir vor mit Young Link, wenn er halt so mit Up Smash macht, weißt du? Äh, Upsmash. Upsmash, wo er halt dann nochmal mit dem Schwert Slitch, äh, ja, den Gegner zerschlitzt. Oder halt Down B, wo er halt so einen Köpper macht. Äh, nicht Köpper. Also einen Body Slam meine ich dir ja damit. Ich stehe mir vor, wenn dann da die Kamera rein zoomt, das wäre voll halt. Ja, bisher ist nur Kazuya dann der Einzige, der das bisher macht. Das sind auf jeden Fall die Elemente, die ich am meisten feiere natürlich von Kazuya, weißt du? So die Kombos und natürlich die Throws. Bittig cool. Oh, guck mal, ist er so wie ich. Hey, Archie, sitzt er hier, ist er voll witzig. Okay, alles klar. Gut, next. Oh my God. So. Hey, let's go. Auch was zum Monster-Monstern-Antag bestimmt, ne? Zweimal natürlich, was soll das denn? Okay. Yep. Cool. Ja. So. So, das war Classic-Modus. Okay, ja, mit Young bin ich eindeutig viel, viel besser als Kazuya. Okay. Ja, wir haben ja auch 9.6, ne? Sonst immer 9.8, 9 und so. Oh, hier 9.3. Ah, mit Terry. Ja, da sieht man schon die Fighting-Game-Characters, da bin ich natürlich jetzt nicht so gut, ne? Halt. Ah. Die ganzen Kombos zu beherrschen und die haben keine Wrench-Weapons oder so, so wie ich es ja eigentlich mein Playstyle gewöhnt bin. Oh, Mensch, ey. So. So. Genau. Oh, die Musik, okay. Alles klar. So. Sollen wir gegen Jin, seinen Sohn? Ne, gegen seinen Vater halt. Hier, Legend direkt, richtig krass. Okay. Lass mal auch als Kazuya dann spielen. Weil als Warblin wäre halt kein Problem für mich, aber ich will ja schon. Das ist halt... Muss ja schon eine coole Herausforderung sein, dass es auch Spaß macht, ne? Als Warblin ist halt kein Problem für mich. Hier, Kazuya. Nehmen wir auch, genau. So, haben wir hier irgendwie... Ich glaube, ich habe noch von Lil'Mag. Mal kurz... Ah, warte mal. Ähm, hier Save-Teams, genau. Camilla... Ich weiß nicht, warum ich Camilla ja habe, aber okay. Sender. Hier sieht man schon alle Fire Emblem. Kerberkasten und so. Richtig cool. Hier, das, ne? Ja, hier, keine Chance. Auf geht's. Kazuya gegen Hayachi. Let's go. Das ist mein Giant-Kazooja natürlich. So. Komm her. Was zum... Mann, Alter. Ah. Alter. Komm. Alter. Ah. Mann. Mann. Mann, komm her, Alter. Mann, Alter. Wie so feines Smash. Wie gemein. Ich hab mir doch ausgewichen. Oh mein Gott, hoffentlich überlebe ich das. Ah, nein, das sieht nicht so aus. Nee, nee. Oh, oh, oh. So, komm her. Was? Daneben? Verarsche, Alter. Hätte ich ihn bloß getroffen damit? Lass mal das nochmal machen. Normal, Alter. Der ist ja auch voll ausgerastet. Oh, wenigstens aber eine Herausforderung, ne? Meine Güte, ey. Das mache ich noch und dann werden wir auch. Dann kläss ich mal los, ne? Meine Güte, ey. Ja, alles klar. Ah, Mann. Mann. Mann, komm her, Alter. Oh, Alter. Zack, 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 zack. Was? Ja, alles klar. Aha. Nein. Ah, Mist. Oh, meine Güte, Alter. Mann. Alter, hörst du mal auf, alles auszuweichen? Oh, mein Gott. Jetzt muss ich ausweichen. Ah, daneben, natürlich. Ah, Mann. Wenigstens den hier. Nein, daneben. Boah. Ah. Goddammit. Ich hab versucht, außerweiter bist du. Warum gibt's keine U-Start-Barten, dass es schneller geht? Muss man nicht mal wieder das machen. Ja, also wie gesagt, mit meiner, meinem Endsetten, ich locker das hinbekommen schon. Aber, ja. Wir werden eine Herausforderung, ne? Ja, dass es spannend wird. Alter, ja, alles klar. Mann, hörst du mal auch? Mann, das ist ja unfassbar. Komm her, Mann, zack. Hm. 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 So. Haha. Das ist mal schön, ihn weißt du. Down. Geht doch, meine Güte. Voll geil. Haben wir auch, Herr Yachi. Meine Güte. So. Dann, wenn wir schon dabei sind, dass wir auch nochmal seinen Sohn holen. Dann hat man die gesamte Family. Außer natürlich jetzt seine Mutter, ne? Aber was soll es. Oder seine Frau halt. Keine Ahnung, ob die Aspirit dabei ist, aber ja. So, komm her. Ja. 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 Ah. Ah, Mann. Lass mich doch mal hier unten. So, das ist schon mit dem... Hm, hm. Zack. I'm back mit dir. So. Alter. Das ist mein Move. Mann. Hm. Hm. Geh down. Alter, nein. Hm. Ja. Hm. Komm. Hm, Alter. Oh, nein, Alter. Nein, Alter. Oh, Alter. Komm her, Alter. So. Game over for you. Oh, meine Güte. Kam es mir gerade eben noch ganz gut. So. Gut. Dann wäre es das jetzt auch für heute. Hätten wir die beiden. Beine Güte. Kuma und Panda. Was zu? Komm, lass mal das nochmal schnell machen. Einfach nur, weil es so voll weird ist und außerdem nichts. Und dann beende ich das halt. Weißt du? So. Kuma und Panda. What the? Was zum? Ready? Go! Wow. Easy. Ist doch eine Sache von ein paar Sekunden. So. Jetzt werden wir das aber wirklich. So. Gut. Dann vielen Dank, was du schon mal in den Brausen musikst. So. Okay. Äh. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Brausen musikst. Das war der Classic Modus von Kazooja. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, stay awesome. Und das war Reelink. Bis zum nächsten Mal. Ciao.